so damit kann ich nur sagen herzlich willkommen zu einer weiteren folge von outlast 2 ich hoffe der sound ist ganz gut ansonsten muss ich hier nochmal ach nee das ist jetzt die maus egal okay vielleicht kann ich das mache ich jetzt mal eben einfach die lautstärke zack so übernehmen fertig ende gut direkt mal hier weitermachen hier geht irgendwas auf ach ja wir sind hier stehen geblieben kamera war da und ab dafür hat man hier uns schon alles angeguckt da hatten wir schon ich glaube den zettel haben wir auch schon gehabt ja das müsste es sein hier so dann gehen wir mal weiter aufsperren tür auf licht an und ab nach oben naja wir haben ja schon hier oben gestanden da saß der kollege der so ein bisschen out of order aussieht vielleicht aber auch nicht so ganz so wie ich das spiel kenne würde ich mal sagen der steht doch so was von auf der steht so was von auf ich sage dir hallo okay er ist tot also wird er wahrscheinlich nicht mehr aufstehen okay dann müssen wir jetzt weiter nach oben wir haben hier was salven papa ezekiel lügner scharlatan tempel der gicht süchtiger feigling vergewaltiger kindermörder ich bin fort und ich nahm mit mir den mut die wahrheit zu sehen komm zu uns jage uns wir warten darauf jeden einzelnen den du auf den berg schickst zu töten und zu ficken okay ich hasse dich könnte jesu den täufer hassen weil er jude ist ohne die jahre ohne die jahre deiner ignoranz deiner dreckigen lügen hätte ich meine wahre sicht nicht gefunden ich hätte nicht den mut gehabt die wahrheit zu suchen ich hätte nicht von der wut über die unwahrheit getrieben dein gott ist der aberglaube eines kindes dein glaube ist eine peinlichkeit die zeichen des wahren vaters waren vor dir vor uns allen und du aufgeblasen naiv zu dumm zum atmen dachtest du diese version wären die strafe eines erzündeten gottes dein gott hat angst denn dein gott ist kein gott dein gott ist dein ego verwundbar und falsch welch schmach mein gott ist kein gott aber er ist wahr und er ist hier in jedem moment der ekstase und sein kind wird die welt ficken und in ewige herrlichkeit reißen ich bitte dich nicht dich uns anzuschließen ich sage dir nur du wirst dich uns anschließen denn unsere liebe ist größer als du dir es je vorstellen könntest wahl 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 ähm oh gitarre spielen nein ich will gitarre spielen ich will mich nicht verstecken interagieren ich brauche batterien 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 vielleicht brauche ich auch keiner aber batterien batterien ok schieben wir das bücherreger immer da weg ist das schwer papier ist echt schwer ok ein schaukelstütchen können wir uns nicht hier hinsetzen und einfach die leute beobachten schaukeln vor uns hin schaukeln einfach so und weinen naja achso das war die versperrte tür hier unten ähm ein elevator ein elevator muss den generator starten natürlich 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 musst du irgendwelche aufgaben wieder erfüllen und dahinten schreit irgendwas das ist nicht so toll 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 noch einer out of order noch einer müssen wir uns hier irgendwie außen rum schleichen und erstmal nachladen so stand die nicht hier gerade irgendwo müssen wir hier nicht irgendwo gucken wir dass wir hier irgendwie hier können wir uns verstecken brennt jemand auch verdammt au 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 verdammt die sind ja alle hinter mir au 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 verdammt warum muss ich hin gasp nein 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 lass mich in ruhe ich hau dir auf die fresse oh man ach komm eh guten morgen Oh, na großartig. Mann, oh. Okay, lass mich raten, wir können nicht einfach so da durchklatschen. Hey, Kollege. Bist du mir auch Böses? So wie irgendwie alle hier. Boah. Hat was runter. Oh, nee, jetzt kommen die auch noch hier hin. Wo ist denn jetzt die Alte? Ah, da ist sie ja. Hallo. Geh da rein, schnell. Okay. Okay. Ups. Ah, okay. Oh, verbannt, kann ich nicht tragen. Batterie. Kann ich tragen. Du bewegst dich, du lebst noch. Wow. Ach, komm ey. Was soll denn die Scheiße hier? Geh raus. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Okay, lauf, 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 lauf Die Tür zu Noch so mehr verrückte Menschen hier Oh Mann Bleib du mal hier Was ist das denn hier? Folterkeller oder was? Alter Schwede Fangen so viele Leute an, oh dich zu... Ja Nein, 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 nein Herr Bauer ist durchgedreht. Oh Mann, ey. Och nö, och nö, och nein. Ja, bitte. Hallo. Tschüss. Tür auf, tut zu, tut zu. Willst du mich verarschen, die treten hier keine Türen mal ein? Gehen in den Schrank, gehen in den Schrank, gehen in den Schrank, gehen in den Schrank. Oh. 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 Mein Gott, ey. Und hier soll ich einen Generator finden? What the fuck? Okay. Hier ist wohl niemand mehr. Power Generator Station. Man hätte auch mal lesen können, oder? Heißt, ich muss da hoch. Oh. Oh. Ich bin nicht hier, ich bin nicht da, ich bin nicht da, doch ich bin hier. Ich kann mich nicht verleugnen. Kann mich nicht fallen lassen, doch kann ich... Lauf, 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 lauf. Okay, wenn hier irgendwo Generator Station bla Dingens Room ist... Dann bin ich ja nicht mal so falsch. Vielleicht mal hier oben unten gehen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Tür zu. So. Äh. Starten. Yes. Wow. Guten Morgen. Mann, Mann, ey. Alte, musst du mich so erschrecken? Mann, 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 Mann. Mann. Mann, 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 Mann. Aber es ist alles glücklich, für wir sind in den Sorren von einer Verbrechenden Frau. Von dieser Arbeit ist es ein Ort der Bremsen von Yesen, die Kinder der Hellen, aber auch die Möglichkeit unserer Verlust. Für Gott ist groß, und Noth ist seine Propheten. Und Noth wird uns in die Macht des Graves. Noth wird uns von der Tod verbrechen. Denn sogar die Verbrechung kann nicht von der Spitze. Jagst du mich jetzt? Hängst du mich auf und isst mich dann? Ich geh mal lieber. Ich bin weg. Du machst das schon. Ich muss zum Elevator. Oh oh. Okay. Oh, finde den Weg zum Elevator. Nein, nein, nicht die, Alter, nicht die. Nein, 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 nicht die, Alter. Oh Gott, nein, 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 nein. Martha. Lauf, lauf, lauf. Oh. Oh. Oh Gott, ey. Ich hab's geschafft. Oh. Hä? Ich konnte auch irgendwas aufnehmen. Was, was konnte ich denn... Ah. Ah. Gott forsake you. Lieber nicht heute. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß ganz. Um nicht zu sagen, das ist irre. Aber... Tür ist auch zu. Warum? Da gab's wohl Barbecue. Aber der Gesang kommt doch hier raus. Dann da raus. What the heck? Also, wenn das ein Jumpscale sein sollte. Erschrocken habe ich mich jetzt davor tatsächlich nicht. Da war die alte, die da gerade eben einfach so stand, schlimmer. Was ist das denn? Jedes Mal kriegt er so Flashbacks und hast du nicht gesehen. Und... Na ja, Schule, ne? Please, Blake. Hallo, Tür. Okay. Ich bleib hier, wo es hell ist. Guck, was da also ist. Nix. Auch gut. Du lachst. Finde ich nicht so witzig. Ja, ich auch. Nein, eigentlich nicht. Aber egal. Bin nur mal gespannt, was jetzt noch kommt. In der... In der... Wirklich. Jetzt. Also, wirklich. In der Irrenanstalt. Oh, Batterien. Die nehm ich. Die nehm ich. Die nehm ich sowieso nirgendwo ein, ne? Nein. Komm ich auch nicht. Was ist das? Das ist was Jessicas. Aufziehen. Das ist doch wieder sowas von klar, ne? Da kommt jetzt gleich wieder ein schöner Jumpscare, wofür ich dann auch die Konfetti-Ganone rausholen könnte. Das ist durch das Aufziehen irgendwie. Ne. Ja, auch nicht. Wofür mich verarschen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich hab, wie morg's denn jetzt hin, ey? Hier vielleicht so rein. Ne, nix. Jetzt bin ich wieder im Klassenzimmer. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich muss auf Toilette. Ich versteh's nicht. Alles gemacht und... Trotzdem komm ich hier nicht... Nicht weiter. Hallo? Lass die mich rein? Hier auch nicht. Blake! Jessica! Jessica! Ich sehe dich, Jessica! Oh Gott! Jess! Nicht jetzt. Also, jetzt echt. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Tschüss. Komm ich auch wieder nicht durch. Mein Gott, ey.